Ich bin leider draufgefallen, das tut mir natürlich leid, ja, ist ja traurig, ich äh, hm. Jetzt noch mehr, guck mal, das ist jetzt geil. Weil jetzt kriegt man recht schnell das Zeug zusammen. Wenn wir so einen Planeten sind, dann springen wir nach rechts über Planeten. Erschwur. Wie viele sind sondern schwerer? Achtung auf deine... Was ist das? Ein wohin genau? Oh, oh. Geh immer an die Erde, komm. Ups, das ist runtergefallen. Ja, super, genau bei mir rein, oder was? Ja, aber da kannst du's fertig machen. Mensch. Was wird da raus? Wir sehen, sich den Boss ange... Oh, oh. So, jetzt kriegst du auch ne schöne Waffe, übersprochen. Ein Schwert, das deinen Namen trägt. Ein Einhelder mit 160 DPS. What? Meiner hat 167, aber der hat noch Feuer drauf. Dann gib mir dein altes Schwert. Ui, schön. Ui, schön. Okay, da. Ah, ist nicht da oben. Hast? Naja, ich... Komm's halt nach unten, unten links. Danke. Wir können unsere... Das Schwert, was du hast, kann ich mir nicht herstellen und andersrum, ne? Aber dafür haben die, glaube ich, die gleiche Wertigkeit. Ja. So, ich mach mal ein Lagerfeuer, weil ich glaube, das werden wir brauchen. Ähm, ja. Ja. Für den Fall der Fälle, wie kalt bist du? Ich bin schon halb kalt. Schon halb kalt? Ja, hab noch eins. Ich bin schon halb kalt. Hast du noch mein Zelt, oder hab ich das schon wieder? Das musst du haben, aber du müsstest auch noch ein Lagerfeuer haben. Ne, doch nicht. Ja, das Zelt habe ich hier. Du musst das mal alles hier hinstellen. Du willst in die Tiefe gehen? Ja. Ja. An der Oberfläche überleben wir nicht. Ach ja, hast recht. Okay. Ich komm mit. Du willst unten vielleicht auch wieder Wärme von mir bekommen. Hm. Vergesst nicht ab und zu dein Ding zu reparieren. Oh, Kohle. Aber, ähm, ich glaub, die Rüstung, die wir haben, tut schon ganz gut schützen gegen Kälte. Ich denke, wenn wir jetzt gleich die Faronium-Rüstung anhaben, ähm, werden wir keine Probleme mehr haben. Verrotzierung. So rum. Die verwotzte Rüstung. Eigentlich müsste einem doch noch viel schneller kalt sein, wenn man ins Wasser geht, oder? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Hm. Oh, Kohle, 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 Kohle. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Du musst versuchen keine Rohrstoffe mehr. Ich hab grad einen schönen Flöz gefunden. Hallo. Hallo? Ich seh hier grad gar nichts. Aber immerhin... Ah, hier... So viel. Aber immerhin brauchen wir die... Ich seh hier nichts. Kohle jetzt nämlich versprüht. Ja, kleiner Vorteil. Jungs, Fackeln gehen auch für Wärme, ne? Ja, aber zwei müssen es sein. Guten Tag. Denk dran, das kann... Ich hab'n Fahrstuhl. Was ist das? Eistapfen? Tut mir die weh? Ne. Ja. Oh. Ich hab' kein Platz mehr. What? Für Diamanten muss man Platz haben. Pfft. 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 Pfft Oh, ich brauche wieder ein bisschen Dings hier. Oh, mir ist ganz kalt. Ja, komm runter. Ich habe hier ganz warm. Hilfe. Ah. Ah. Oh, ich brauche das mal hier. Ich darf es wieder saufen. Es gibt ja auch Ozeanplaneten, die nur aus Wasser bestehen. Ach, was ist eingesteckt? Ja, ich habe alles dabei. Die sind böse, diese komischen Gürteltiere. Okay. Oh. Die blauen sind lieb. Oh, da drüber sind ganz viele. Was war das denn? Schon tot? Ja. Das ist dein Feuer. Okay. Ach, da ist was hinter dir. I need a hero. Ups, ich habe den angegriffen. Okay. Ah, guck mal. So, du machst Feuer. Und wenn ich jetzt die Waffe in die andere Richtung drehe, macht es Eis. Aha. Ich habe Hunger. Ne, ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bananenbrot, guck mal. Oder, brauchst du eins? Das macht dich voll. Also, das macht natürlich so. Toll, schmeißen wir den ganzen Dreck ins Haus hier. Vergiss dein Feuer nicht. Kein Platz, wäre einfach das blöde Ding. Den lagerst du was aus. Könnte ich eigentlich auch gerade mal machen. Äh, was brauche ich denn nicht? Einen Kühlschrank brauche ich. Werkbänke, wie soll ich Werkbänke dabei? Schnee habe ich auch irgendwas. Das nicht. Achso, ich bin immer noch todkrank. Hüde. Das ist noch viel mehr Leben. So. Oh, hier ist doch was los. Hier gibt es schöne Ruhestoffe. Ich überlege gerade mal, ne? Du weißt, dass wir schon bald durch sind, ne? Ja. Außer der nächste Ton, nicht so heißen. Wir können ja ein bisschen weitermachen. Gibt ja bald noch Shift-Upgrade und so. Und das Haus ist noch nicht fertig. Genau. Und, äh, es gibt auch bald neue Rohstoffe. Oh, hier wird es ganz warm. Oh, oh. Ich bin... Bibi, bies. Der ist tot. Mein Bildschirm war schon ganz... ...weiß. Ja. Wie? Achso. Komm mal zu mir, hier wird es heiß. Hier unten wird es wärmer. Ich muss erst mal ausmisten. Ich kann ja teilweise Zeug mal wieder nicht ankassen. Oh. Hm. Hä, hä. Ich puttel mich hier nach unten. Ich bin da erstmal vielleicht ein bisschen rüber. Also, der unten beginnt auf jeden Fall was Warmes. Vergesst du den nicht abends zu reparieren, ne? Ja, ja. Der Bohrbar. Ich kann das ganze Silber und sowas nicht stehen lassen. Das ganze Silber. Oh, ist warm. Ah, hier wird es warm. Mir ist so kalt. Ah. Guck mal. Äh, fein voraus. Oh, oh. Oh. Oh, 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 was ist das? Das machen wir ja. Guck mal, über dir. Das ist Zeltable Blueprint. Hey, ich kann eine Zellenkiste machen. Oh, ein Zeltisch. Hey. Eine Zellkiste. Soll ich die Zellkiste mitnehmen? Nimm mal die Zellkiste. Die kann ich nicht mehr mitnehmen. Oh, das war mehr jemanden. Toll, jetzt schiebt er mir das ganze Zeug hier in die Tasche. Ich will das nicht. Es ist immer noch auf zu regnen hier. Ich habe es wie in der Tasche. Mann. Hallo. Ich werde dich mit ausmisten. Was? Was hast du da gefunden? Da unten ist ein Gift, ist noch mehr. Ah, hier sind wir genau richtig, glaube ich. Ach, zum Glück ist er nicht hier. Es geht immer weiter. Was ist denn mit dem Ferotium? Was kriegen wir mit Kohle und... Ach, ist er alt. Dann gab es ja noch das rote Zeug. Das haben wir noch gar nicht gefunden. Ja, das ist das Level 8. Ich würde sagen, wir machen nachher die Rüstung jetzt fertig. Wir gehen jetzt gleich wieder hoch und gehen auf einen anderen Planet. Willst du schon wieder das neue sammeln? Ja. Oder? Wenn wir hier noch durchhalten unter der Erde, ist doch ganz gut. Stimmt eigentlich. Aber wir werden immer schneller sterben, wenn wir dann getroffen werden. Ja, das stimmt. Hier fehlen eigentlich dann noch die richtigen Bossmonster, finde ich. Und dass die Questreihe ein bisschen weitergeht. Aber ansonsten ist das Spiel schon sehr gut, finde ich. Ja. Das sind noch mehr. Quests sind eigentlich auch ziemlich... Ja. Direkt. Ich sag aber, Quests soll so ein neuer Update, soll so gehen. Ich war... Wie ich im Singleplayer gespielt habe, habe ich eine Höhle gefunden mit einem komischen Froschmenschen. Und der verkaufte Bomben für 100 Pixel das Stück. Und da ich 10.000 Pixel hatte, habe ich mir da 100, 200 Bomben gekauft. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder hoch, oder? Ja. Aber vorher sah mich das noch ein. Und ich das hier. What? Hier sind ganz viele Flöze. Ups. Ich wollte hier nicht angreifen. Wie viel hast du denn jetzt? Was? Von dem grünen Zeug. Ach, nein. Ähm... Ach, nein. Und ich habe 100 Agisolt. Und 26. 113. Wie viel Diamanten hast du? 31. 32. 97. Ja, ich war ja heute schon drauf. Ja, ich habe es gesehen. Reiner Diamante. So, gehen wir mal nach oben. Ja. Achtung. Achso, ja. Das ist ja dann doof. Ich muss mich sowieso auslocken, damit ich wieder hochkomme. Ach, das hast du mit Achtung gemeint. Es ist ja immer gut, dass ich mir gerade eine Grube gebraut habe. Äh, jetzt bin ich richtig reingefallen. Ja, herzlichen Dank. Da waren Diamanten. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, ich lock mal kurz aus, ja. Sarfen und Quid. Ach ja, ich auch. Du bist schon wieder drin. Herzlich willkommen zurück. Jawohl. Sag ich erstmal eine Runde Egi-Salze. Du hast keinen Platz mehr auf deinem Schiff, oder? Inwiefern? Mit was? Für Nonsens. Langsam wird's knapp. Mein Gold ist jetzt voll. Ich hab keinen Platz mehr für Gold. Wie die Selbstschussanlagen hier einfach alles massakrieren, was in den Weg kommt. Hm. Hm, wo stelle ich denn eine Küche hin? Achso, ich muss ja auf dem Schiff sein, damit es überhaupt durchläuft. Ich stelle die Küche hin. Wo viel Zeit und Zeit? Ich suche schon mal ein Planeten. Na gut.